Yo, YouTube, was geht ab? Aber wiederum ist es wiederum. Willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wie ihr seht, ich habe gerade 1.000 Dollar auf mich gewettet, Leute. Wir sind in einem Rappenrenn-Video mit Zyu und Rostikabstand, Leute. 1.000 Euro. Hauen wir nochmal extra drauf. Wie will, ihr kriegt 3.000 Euro, also 1.000 Euro von jedem. Leute, lasst gerne einen Like, damit ihr schreibt, wenn ihr Bock habt, noch mehr solche Videos. Jetzt geht's los, Leute. Und frohe Weihnachten nachträglich. Zwei, eins, go. Oh, super Start, super Start. Ich habe leider keinen Wischel bekommen. Ich kann mal abstrichen, warum? Ja, okay. Hier, mach doch. Ich werde dich jetzt von hinten so wegcrashen, ne? Zyu ist richtig aggressiv. Zyu ist wieder stecken geblieben an so einem Ding. Achtung, Ami, ich komme von oben. Wow, Backflip. Wow, rückwärts. Raus mit dir. Warum will ich nicht explodieren? Weil du es verdient hast. Ich bin so perfekt auf seinem Kopf gelandet, ne? Trotzdem immer noch gut aus. Nein, ich bin auch nicht verdient. Kurz vor allem Ende. Ich bin auf den Tankdeckel geklallt. Deswegen bin ich explodiert. Ich war kurz, wirklich letzte Welle. Ich würde mal sagen, Jungs, GG. Nein. Let's get loud. Let's get loud. Aber wie perfekt bin ich bitte auf dich gelandet aus dem Link? Digga, du hast richtig... Aber... Wer möchte hier sabotiert werden, hä? Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Niemand? Ich will, ich will sabotiert werden, wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst. Okay, wo bist du denn? Wo schaffst du das nicht, weil ich runtergefallen bin? Also, Erf, Stu schafft sowieso nicht zu sabotieren. Warum? Weil manchmal muss man beim Fliegen auf B drücken, um zu fliegen. Nein. Hast du es wirklich geschafft, das Auto noch zu kriegen, Stu? Ja, das ist nicht schlimm. Ich hab gedacht, dass du nicht mal geschafft hast, das Ding zu treffen. Den Checkpoint. Dass du sowas behauptest, dass du... Nein, nein, ich hab nicht behauptet. Ich hab nur danach gefragt. Oh, endlich mal auch geschafft, hier, Alter. Aber Stu ist jetzt im Auto, ne? Stu ist doch jetzt im Auto. Er ist hier grad runtergefallen. Stu musste hier jetzt irgendwo auf der Strecke sein. Den werde ich jetzt zu handicappen. Da ist er doch. Oh, da ist er doch, da ist er doch. Ein kleiner 1,30er. Komm, wie er sich da versteckt, Digga? 1,30er. Oh, komm mal, was hier ein kleiner Angsthase. Angst, Stu. Verschreckt sich einfach. Ey. Ey, wie lange hab ich Blackscreen? Oh, ich bin schon längst... Ich bin schon durchgefahren. Ich bin schon aus dem Grund. Ah, ich bin das jetzt gespottet und ich bin vor dir reingeflogen. Ja, ja, deswegen. Geil, find ich... Also feierlich. Nein, 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 bitte nicht. Ja, so schlecht einfach. Oh, no, 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 no. Ich bin für unnötige Zeitfenster gesorgt. Oh, no? Nicht auf Tankdecke landen? Ich sehe, wir sind keine Tankdecke gelandet. Nein, 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 nein. Oh, okay, let's go. Nein. Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's, Stu, ich bin's eingeholt. Jetzt auch Flugzeug. Digga, ich bin durchgeflogen, Stu. Ich hab's dreimal mitgekommen auf der Rampe. Wer ist denn da? Oh. 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 Woher hab ich denn dieses blöde Ding zu? Ey. Oha. Ich hab mich zum Steuer gebracht, nicht dich. Smart wird eklig. Oh. Ja, nengah. Ich kann mich auch smart auf der Strecke stellen. Ich hab mir smart richtig egelhaft gebraucht. No joke. Oh. Oh. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Let's get loud. 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 Wow. Nein. Du Hund. Du bist so... Ich hab's geschafft, Digga. Der ist so schön bähblend. Der ruht gerade aus. Und du hast mich so angestellt. Bumm. Nach links. Ey. Du bist so ein Hund, Rustig. Weißt du das? Nein. Ich will nicht mal explodieren. Das ist das schönste Gefühl. Ja. Deswegen ja noch. Es war so perfekt. Du bist einfach so... No joke. Du hast wirklich einmal so ganz kurz dicke Mapp. Hallo, Sio. Ein Big Mac Menü mit der Cola. Ein Big Mac Menü mit der Cola. Wir sind jetzt... Wir versuchen mit Lack da runterzukommen. Und guck mal, wie su... Guck mal, wie su... Guck mal, wie su... Guck mal, wie su... Er krabbelt da vor sich hin, so wie ein Rentner. Und dann hat es dann noch Skill. Digga, er hat's geschafft, Mann. Nein, hab ich noch nicht. Ich werde es auch nicht schaffen. Ich werde ganz knapp runterfliegen. Ganz knapp, Mann! Ähm, Jungs, ich will nichts sagen, aber... Ich hab's geschafft! Ich bin der Smart-Güdelik! Man! Wie geht's euch, Jungs? Alles klar bei euch? Alles Butter bei den Fischen? Alles Hamduela. Fische bei der Butter. Alles Hamduela. Ey, haben wir ein bisschen bedeutet für eine kleine Kollektur? Ja, bitte. So eine ganz kleine. So eine ganz kleine. So... Ey, lass doch mal bitte mein Smart in Ruhe! Warte mal, hast du Smart geschafft? Ist das Russik? Ja! Ja, der hat selbst von oben runter geschweilt einfach. Ich hab euch beide sabotiert auch gerade. Und bin mit dem Flugzeug chillen und entspannt hochgeflogen, Jungs. Ey, bei so Rennen hat Russik immer das meiste Glück, Alter. Ich hab bald einen Beyblade, den ich kontrollieren kann. Das hab ich mir über die Jahre lang beigebracht. Was lachst du auch? Das ist ein Quill, Digga. Naja, mir... Also mich hört das jetzt nicht, irgendwie. Ich hab dir jetzt davon... Oh, Siu versucht zu manipulieren, sabotieren, alle... Bis Siu, danke! Ich hab's geschafft! Ich hab's wirklich, Digga! Danke Siu! Ja, es ist so unfair. Wie er mich sabotieren wollte. Ich hab's auch nicht, ja. Jungs, ich sag euch gerade, die Limousine ist echt sehr interessant. Also einfach. Ich sag mal, ne, die ist nicht einfach. Also man kommt sehr schnell entschleudert und dann ist halt ab dem Moment einfach interessant. Achso, sag's einfach, Beyblade. Auf gut Glück, so wie der Mini. So wie der Smarter. Dann ist einfach interessant, Jungs, lass ich nicht sagen. Okay, Jungs, wir haben schon ein Drittel des Rennen geschafft, ne? Ein Drittel erst? Ja. Aha. Oh no! Oh no! So, aber jetzt gewinnen wir. So, und jetzt... Oh nein, oh nein! Oh, es wird ja immer schlimmer mit dem Fahrzeug. LKW? Ja... Herzhaft? Lass nicht ganz. Lass nicht ganz. Das ist so ein Vorstück von der LKW. Okay. Ja, ist klar. Oh, wie bleibt's mit der Limousine? Macht Spaß? Nicht so gut. Nein! Was? Nein, Digga! Ich bin so perfekt. Da bin ich schon auf die Spitze gelangt. Der ist komplett da links geflogen. Ja, ja. Die macht, was sie will, ne? Oh, das war so schön. Vollkonzentration und let's go! Zero! Oh, Mann, Alter. Oh, nee, das war's. Oh, nee, das war's. Oh, nee, das war's. Oh, nee, das war's. Oh, nee, nee, nee. Hast du es auch schon geschafft wieder? Die Limousine hab ich's geschafft, ja. Die war nach der Limousine. Nee, 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 nee. Da bin ich leider an. Nee, das ist echt nicht zum Spaß, dass es danach kommt. Ja, kannst du mal nach links katapultiert werden und nicht nach rechts, du Jut? Xiu, konzentrier dich jetzt mal. Du kannst mit dem Lampe die Lichtschung lenken. Bitte, 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 bitte. Ah, ja, Limousine geschafft! Nein. Mein Vorsprung, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, die ist voll gewesen. Die grüße. Nein. Jawohl, ich hab die Limousine geschafft. Oh, 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 oh. Ich wollte euch ein bisschen sabotieren. Schlecht, Gott. Du kannst Xiu sabotieren. Oh, nein, hat nichts gebracht. ich hab so einen clean run gerade ja aber was soll ich so sagen ich bitte euch mich hier wohl zu lassen ich hab ein sehr schönes fahrzeug das fahrzeug hast du das fahrzeug hast du denn oh nein ist das so scheiße na du flieg schon so raus oder doch 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 bis runtergefallen ich sag euch wirklich predictions von armier sind halt die beste ich mag das fahrzeug jetzt schon weil es gibt vielleicht auch zu gewinnen so was sagt jetzt gibt es vollgas einfach nach unten scheiß drauf leute ich sag mal mit bisschen konzentration und kriegt man das auch gut in konzentration online ich hab ich hab's versucht bisschen ein bisschen mit skill zu machen aber es geht er hat er ganz vergessen guck mal allein diese ganzen hobbels ne die bringt so oft aus der kontrolle dann noch mit schnee wohin wohin mit der russ ich höre sie hat gerade mich korrigiert dein ernst schade mich wollte er nicht korrigieren ich dachte dass wir sind korrigierer wir sind keine korrigierer und das weißt du auch und das weißt du ja dieses fahrzeug da kannst du machen was du willst du hast es wie lasst die karten auflegen und dann gucken ob du irgendwas kriegst du ja würfeln würfeln das ist nur würfeln aber egal jetzt kommt das tue bis zum rammen nein das fahrzeug ist der grüße jetzt wird gar haben sieoo achte das es ist echt so ein taşug nein sieo rette mich nein ist auch heruntergefallen nein aber gleich es ergibt keinen sinn es ergibt keinen sinn gerade was hier wieder passiert das ding ist als ich die map rausgesucht habe da war ein schnee drauf Butter bei den Fischen, das ist echt ein bisschen... Du und deine Fische, hör mal auf, Butter drauf zu schmieren. Butter bei den Fischen, das ist echt ein bisschen kompliziert hier, dieses Rennen. Ich zeige euch, wie es ist. Also dieses... Also wenn ihr mich nicht... Arme ist zu leise, Arme ist zu leise. Was heißt zu leise, Ding? Ich bin gerade am runter-Baybladen und hoffe einfach, dass ich irgendwie gerade aufkomme. Oder gerade runterfliege, sagen wir es mal so. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, ich fliege jetzt runter. Ja, ich fliege jetzt hier runter. Ey, das ist so furchtbar. Nein, er hat es geschafft. Er hat es geschafft einfach. Ehrlich? Let's go, Leute! Er hat es wirklich geschafft, Leute. Let's go! Er hat es wirklich geschafft, Digga. Raubt nach oben! So, Jungs, jetzt kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Oh, wir fliegen da so schön. Komm, Arme. Arme, lass mich. Ey, du bist so ein Idiot, Digga. Schau, doch. Ey, Russack, schaffst du auch. Oh, nein. Das nächste Fahrzeug wird aber auch nicht einfacher, Jungs. Jungs, ich habe es geschafft. Wie geht es euch so? Ich habe gesagt, ich gönne dir das, Russack. Ich gönne dir das. Danke für den Beyblade. Habt ihr wirklich meine geschafft? Danke für den Beyblade. Hast du das geschafft? Ja. Nice. Danke, Russack, du hast mich doch gerettet, Digga. Hä? Fahrzeug nicht flinken, weil... Ja, guck mal, hol mich jetzt ruhig weg, oder? Alles klar. Das war dumm von dir, weil ich gerade am Anfang war. Und zweitens, jetzt werde ich dir nichts mehr gönnen, Digga. Jetzt werde ich dich einfach noch jedes Mal sabotieren, wenn es geht. Alles gut. Hey, ich wollte doch nur kurz einen Flugcheck machen, ob ich Krankenwagen transportieren kann. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, ich werde bei jedem deiner Fahrzeuge checken, ob ich dich transportieren kann. Ich bin keine 31er. Leute, sieh die Leute. Man gibt den... Man reiche Leuten einen kleinen Finger. Mach. Ach, schade. Da hättest du mich sogar gefreut. Danke. Wer ist denn dort da hinten, ey? Oh, Krankenwagen to the win! Erschafft das. Schon wieder geschafft? Nein, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Erschafft das, er ist zu fokussiert. Ja, ich hab's geschafft! Warte mal, Brustig ist auch noch als Krankenwagen unterwegs, ne? Siu ist auch Krankenwagen. Ja, Siu gönne ich das. Siu, Siu ist der erste Krankenwagen. Siu wird auch Krankenwagen, bist du? Der, der gerade, ja, Hilfe braucht und exkludiert ist, ey! Ah, okay. Ach, da ist er noch einer. Aber er kommt gerade runter. Kick ihn raus! Nein! Ah, egal, er fliegt eh runter. Ja gut, wärst du wieder drin geblieben, hätte ich dich wahrscheinlich rausgekickt, so oder so. Das ist das Beste, was dir je passiert ist. Es tut so gut, wie Russick runterfliegt. Und Armir wird das Rennen jetzt gewinnen wie noch nie. Oh, Siu schafft das einfach mit Blade Blade. BAY BLADE! Ey, ich hab auch Blade Blade nur gemacht. Siu schafft das nicht. Siu schafft das nicht. Auf, auf, wenn ich jetzt perfekt lande. Nein, so knapp, Mann. Ein, zwei Meter vorher. Ja, das ist, weil Russack Auge gemacht hat. Siu, merkst du das? Russick, warum machst du eigentlich Auge? Oh, Siu, es tut mir wirklich leid, dass ich Auge gemacht habe, Mensch. Irgendwann, Mann, hast du auch den Krankenwagen. Versprochen. Danke, Bro. Du bist halt der Einzige, der noch den Krankenwagen hat. Aber es ist okay. Oh, fuck, ich bin auch runtergefallen. Es ist okay, manchmal als Einziges am Krankenwagen zu fahren. Wir brauchen auch immer einen Sanitäter auf der Rennstrecke. Wir können uns immer heilen. Okay, jetzt kann ich wirklich rausgekommen, dass er nicht gewinnt. Also hauptsache, dass Siu oder ich gewinne. Das war wirklich frech jetzt. Hier, Siu fertig macht. Alles klar, we are going to the end. Hier leben, das Leben, die lieben und die los. Nein, warum fällt der denn runter? Bei Siu muss man gar nichts machen. Was ist Ame für ein Auto? Ja, okay, der ist ein bisschen flach gewesen. Los Santos Medical Center. Paradigmik. Ame hat es geschafft. Ame hat es geschafft. Ame hat es geschafft. Nee, habe ich nicht. Ich bin runtergefallen. Mir hat es gerade runtergefallen. Jetzt gerade bin ich runtergefallen. Du wirst nicht wissen, was passiert. Ich habe, mein Flugzeug ist einfach... Digger, ihr könnt mich ruhig sabotieren, Digger. Das war jetzt lustig, Alter. Danke. Boah, du hast Siu geholfen. Nee. Ich weiß es. Ich habe so lange Lotes geholfen in dieser Map. Das nervt mich so sehr. Das nennt man Karmarus, weil du immer so fies zu uns bist. Hat der GTA-Engel dir halt lange Lotescreen gegeben. So, was soll ich hier sagen, Bro? Ähm, ich gucke jetzt mal gleich, wo kurz der Ame fliegt hier. Oh, da ist doch jetzt mein Krankmann. Oh, 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 okay, dann lasse ich mal kurz. Dann nehmen wir jetzt... Ja, jetzt hättest du das. Ich dachte, du wolltest mich holen, Bro. Warum machst du das? Ja, du bist ganz oben, Alter. Was soll ich da holen? Da hole ich dich ja eher, wenn ich jetzt ein Auto nehme, dann die hinten drauf fahre. Oh, oh, oh. Ey, wenn ich das ja höre... Ey, meiner macht vorher die Fax, Nigga. Oh, ich hatte ein bisschen Breakdance. Aber dieses andere Breakdance, Bro. Komm, so knapp, so knapp, so knapp, so knapp. So knapp. Nein. Oh mein Gott. Ah, schade, 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 Leute. Habt ihr das gesehen, wie close das war? Ey, die haben noch so viele Autos vor uns, Alter. Wir haben schon noch fünf Autos vor uns. Ich komme einfach nicht davor an. Was ist das? Das ist die schwierigste Stricke, Alter. Mann. Wir lieben die Liebe, die Liebe und es up. Dann müssen wir mal deine Schnauze halten. Danke. Also ich werde jetzt einfach runtergleiten. Sie hat es geschafft. Sie hat es gar nicht geschafft. Sie hat es mich gerade sabotieren, sei ehrlich. Haben wir nicht sabotieren. Aber rüssig. Ja, bitte. Oh, was habe ich denn für ein crazy Auto, ey. Crazy. Oh mein Gott, hab ich wieder gefangen. Ich bin hier in die Mitte geflogen. Oh nein, Digga. Hä? Diese komischen. Bro, diese komischen Ränder immer. Ey, wie knapp das war. Wie knapp das doch alles noch große war. Ähm, ist hier das erste? Nein. Das war so closed. Hast du es geschafft? Hast du es geschafft, Bro? Ja, ihr habt es geschafft. Boah, es ist ein Grunschalter, aber ich schwirr. Oh, ich würde mich nur schaffen, ey. Oh, Digga, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ey, Leute. Ey, ihr dürft nicht verzauern. Bei Fragen, Russak-Fragen. Bei Fragen, Russak-Fragen. Russak-Scheiße. Oh, wer ist denn da? Oh, Sue ist komplett wegschallengeflogen. Dem müssen wir gar nicht helfen. Ich kann mich fliegen sehen bis ans andere Ende der Welt. Bis dem Bug, du. Was machst du? Mein Arm ist wieder wie so eine Ente, die sich bewegt. Hast du gerade Ente gesagt? Oh nein. Nee, Jungs. Also, wenn ich nicht verrate, was das nächste Fahrzeug ist, können wir eigentlich Rage-Kippen. Was ist es? Goldkopf. Nein! Fast schon wieder so close, Leute. Habt ihr das gesehen? Niemals! Wer hat's geschafft, oder was? Two-Strike-Golf-Cast. War Beyblade oder war wirklich, ging's easy runter? Es war... Es war prima. Ich bin so gut gelandet, dass ich einfach das mitnehmen konnte. Ich hab das Ding gebändigt wie ein Stier. Wie ein Stier, sagst du? Ich hab gezeigt, wo der Faden hängt. Ey, Jungs, ich kann nicht sagen, nach dem Golf-Cut wird's einfacher. Halt's im Maul. Nach dem Golf-Cut wird alles besser. Nein, Leute, wirklich. Da wird man so mad, Digga. Wenn einer's einfach schafft und ihr alles dagegen tut und ihr kriegt's einfach nicht hin. Jungs, und das Schlimmste ist, wenn ihr jetzt einfach an euch vorbeisaust. Guck mal, wie ihr euch jetzt an euch vorbeisaust. Tschüss! Ja, gut, Motorrad, Digga. Das zählt nicht. Ja, wie cool. Ach, Digga, steht schon wieder runter. Du hast hier gar keine Kontrolle mit diesem dreckigen Scheiß-Fahrzeug. Ey, diese Rampe macht keinen Sinn für mich. Armin, konzentrier dich einfach. Armin, ich helfe dir jetzt. Wie war Armin's Skill? Ei, ähm, mal gucken, ob Stu jetzt Golf-Cut schnell schafft. Aber wenn Stu Golf-Cut schnell schafft, dann wissen wir, dass das easy war. Oh, endlich hab's auch geschafft, Alter. Wie jetzt machen's alle plötzlich? Ja, zu spät. Viel zu spät, Digga. Ich hätt's vorher schaffen müssen. Spann dich jetzt alle mal ein bisschen, okay, wieder? Komm mal wieder, lass mal den Papa wieder hier ein bisschen Vorsprung aufbauen. Aber jetzt kommt Golf-Cut oder nicht bei euch? Das wird doch eine Menge Spaß machen für euch. Ja, eine Menge Spaß machen für euch. Mal gucken, wie lange wir brauchen für Golf-Cuts. Oder Golf-Cuts vielleicht sogar nicht super easy. Vielleicht knackig. Vielleicht auch nicht. Armin, böse Armin, böse Armin, böse Armin. Böse Armin. Nein! Ja, die nächsten Fahrzeuge sind ja voll einfach nach dem Golf-Cut, Digga. Wir werden niemals russig einholen. Ist doch einfach. Ist einfach einfach. Manchmal ist es halt einfach. Bitteschön. Hätt ich dich berührt, glaubst du, wär's runtergefallen? Ja, da wär ich runtergefallen. Siehst du, jetzt hab ich schon mal geholfen. Ey, Bro, ich hätt's wirklich jetzt geschafft, hättest du mich nicht berührt, du Esel. Bist du zurückgeflogen? Bist du zurückgeflogen? Bist du zurückgeflogen? Ja! Jungs, alle! Ey, das ist schade, Digga. Ich hätt's echt geschafft. Ey, Digga, Roussak, ist das dein fucking ernst? Was denn? Du fickst wieder zurück? Nein. Roussak ist halt eklig geworden. Ähm, Jungs? Jetzt ein Pilotenkünsten, ey. Jungs. Ey, Digga, Roussak, verpiss dich, Digga. Wenn das wirklich machst, dann verpiss dich jetzt. Digga, dann mach das Rennen doch zu Ende, wenn du am Ende bist. Arme! Arme! Ich hab's euch reißt, Digga. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Digga, Roussak, wenn du zu Ende bist, dann mach das Rennen zu Ende und fuck mich nicht so ab! Okay, Leute, das war's. Ich werd nie wieder mit Roussak was zusammen an Rappenrennen aufnehmen und aufnehmen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht mehr da. Der Arme, der ist halt ganz verrotten. Und ich kaufe ein Babel. Brrrr. Deine Klappe, bitte. Ich hab's auch geschafft, Digga. Hey, Roussak, bitte. Wir haben 25 Füßen schon rum, Digga. Wenn du fälschst, mach fertig, Alter. Mein Gott. Ich war jetzt fertig. Vor allem, er machtest du bei diesen Irgendwannsachen. Ja, ey, wirklich. Ich fand's den Boost. Ich hab's nicht ganz bewusst. Ich hab's nicht ganz bewusst, Digga. Du wirst mich ganz berührt, Digga. So? Nein, hast du nicht? Du bist so ein Arsch. Warum machst du das? Ah, nee. Aber komm, ha mich weg, Digga. Heute ist ja auch mit dem Ganzen. Oh, leil. So dumm, oder was? Ey, wirklich. Bist du jetzt fertig, Roussik, oder was? Das Ziel ist das Ziel. Ich seh das Ziel, ja. Ja, mach doch zu Ende, Alter. Jungs, wie geht's denn eigentlich so? Einmal noch kurz Juli öffnen. Ey, Leute, das sind die schlimmsten Leute, die das Ziel sind und einfach nur andere abfacken wollen. Ich hab euch, äh, ich hab euch feiert, ich hab noch ein Auto vor mir. Also ich bin ja nicht fertig. Ich wollt nur eine kurze Pause einleihen. Ich hab das Ding schon seit fast fünf Minuten fertig, würde ja nicht so ne Scheiße machen die ganze Zeit. Ja, Digga, fühle ich. Jetzt kommt entweder der Kamerstelle oder ich schaff's First Drive runter. Ey, ich hoffe, du gewinnst nie. Ich hoffe, du gewinnst nie. Boah. Okay, Leute, nach diesen ganzen Kamerstellen kann man jetzt sagen, die Jungs haben sich die kleine Pause verdient. Oh, nein. Die Pause fällt aus. 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 Die Pause. Oha. Oh mein Gott. Ey, was ist jetzt mit dem Motorrad? Nein, 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 nein. Nein! Oh, Digga. Ich war doch so kurz. Ey, ich bin mit dem Motorrad auf dem grünen Schildkern, deswegen hab ich dich First 2 geschafft. Das kannst du keinem erzählen, Bro. Ich hab's jetzt endlich hinter mir. Schalalalalalalala. Äh, äh, ich krieg's nicht hin. 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 Der Motorrad hat auch mal eigentlich geschafft. Ich krieg's halt nicht hin. Ich krieg's halt nicht hin. So, Leute, jetzt müssen wir uns noch versuchen, irgendwie schnell zu beenden hier. Clean, be clean. Bist du unten angekommen? Ich? Ja. Nee, nee. Ich bin grad schon auf der Dampe. Ich flieg. Ich flieg. Ah, Digga, ich flieg komplett raus. Ey, du weißt, ob du mal links oder rechts katapultierst. Ey, das war voll easy. Motorrad war mit Abstand das Einfachste. Ey, Motorrad war immer das Einfachste bei Rampen. Weil man überhaupt nicht schon ankommen muss, Digga. Du wirst mal nach vorne geradeaus katapultiert. Wir lieben, wir lieben Und wir lieben uns nicht GG, Leute Ich würde sagen, das war es gewesen mit dem Video Wir haben es geschafft, Russik ist ein Abfucker gewesen, Leute Egal, was soll es sein, was soll es Wir haben verloren, verlieren muss man auch können, Leute Wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Liken, ein Video, schnell ein Glocken Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es der Eis Mega-Abrennt, ciao